Es ist ganz schön kalt hier oben. Nur gut, dass wir unser Wetter unter Tage selber machen. Das ist ja wesentlich besser hier. Leute, wenn ihr wüsstet, was für angenehme Temperaturen wir jetzt hier unter Tage haben. Wir bewegen uns zwischen 20 und 28 Grad, denn je tiefer wir in den Berg hineinkommen, je wärmer wird es. Wir stehen an einem Wettertor, einer wettertechnischen Einrichtung, die uns garantiert, dass die Luft, der Bergmann sagt Wetter dazu, in den richtigen Bahnen, in der richtigen Richtung bis vor Ort gelenkt wird und die schlechten Wetter wieder zurück zu den Schächten geführt werden kann. Die Wettermacher, allen voran die Experten, unsere Wettersteiger, sie haben die Aufgabe, die Grube mit frischem Wetter zu versorgen und die Abwetter, die entstanden sind durch die Abgase der Fahrzeuge, auf separaten Wegen wieder aus der Grube herauszuleiten. Dazu gibt es verschiedene Systeme, wie zum Beispiel Frischwetterschächte, Wettertore, Wetterschleusen, Gardinen und auch Streckenlüfter. Vielen Dank.